Jo Leute, hier sind wir wieder bei einem neuen Video von MiaLiJP und zwar ist es hier wieder ein Ankündigungsvideo, ich weiß, ihr bekommt zur Zeit sehr viele Ankündigungsvideos aber es geht darum, warum ich seit, ich glaube, einer Woche keine Videos mehr auf meinen Kanal hochlade und das hat einen ganz einfachen Grund, da ich zur Zeit ziemlich im Abschlussprüfungsstress bin ich habe jetzt zwei schon geschrieben vor den Ferien und zwei schreibe ich dann auch nach den Ferien und dann ist es rum und da kommen wir auch gleich zum Thema dieses heutigen Ankündigungsvideos und zwar werden, bis ich mit der Abschlussprüfung fertig bin, keine Videos mehr kommen ich habe noch, ich glaube, ein oder zwei Videos auf Vorlage vorproduziert, die werden da noch veröffentlicht aber sonst werden keine mehr kommen, das heißt für euch genau eigentlich, ich würde sagen bis Juli ich weiß, es hört sich jetzt extrem krass an, da wir auch heute, also wo ich das Video aufnehme ähm, noch den sechsten erst haben aber, es muss leider so sein, weil ich würde meine Abschlussprüfung schon ganz gerne eigentlich schaffen kids next so und dann amis ist also bis Juli keine die so ich habe niemanden immer das hier bei rotem auffällt in der Grundfarbe ist auch rot alles rot alles rot so und noch schnellstelle bearbeiten bisschen größer ziehen wunderschön also ihr seht jetzt ganz groß bis Juli keine Videos und danach geht es auch schon weiter also nach ab Juli geht es dann wieder ganz normal weiter mit Legion of Legends mit Hearthstone auch schon äh also weiter geht es dann mit The Binding of Isaac geht es dann auch weiter und nach Hearthstone kommt dann ein neues Projekt was vielleicht in den Wochen in den Erien jetzt halt released wird also gesagt der so gesagt Trailer werde ich mal schauen ob ich da zum Trailer äh zum kleinen Trailer zusammen bastel und ja wollte ich eigentlich euch nur mitteilen und ich hoffe ihr seid mir nicht allzu böse und dann würde ich sagen wir sehen uns ab Juli wieder oder besser gesagt wir hören uns ab Juli wieder Servus Leute engagieren immer noch gerne mit Äh wie wie Recent ist wie wie